Nikolas, wir müssen reden. Hast du meine Frau Margit gesehen? Dir ist bestimmt etwas zugestoßen. Ich kann sie nirgendwo finden. Ja, die habe ich gesehen. Rede. Wo ist sie? Haneken Hase hält sie gefangen. Woher weißt du das? Das ist egal. Hör einfach bloß zu. Was? Du Hurensohn. Sag mir sofort, wo sie ist, oder du wirst es bereuen. Sagt er. Du wuster dich ruhig auf. Aber wenn du Margit je wiedersehen willst, reißt du dich besser am Riemen. Wo ist sie? Sag's mir! Eine Hand wäscht die andere. Unterschreib dieses Pergament und ich sag dir, was du wissen willst. Ich, Nikolas Engel, gestehe hier mit Verschwörung gegen den guten Herrn Haneken Hase. Gerechte Strafe. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was? Du hast wohl den Verstand verloren. Niemals! Unterschreib, wenn dir etwas an Margits Leben liegt. Der Hase meint es ernst. Er blöfft. Er würde ihr nie etwas antun. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn man einem Mann die große Liebe, das Heim und die Arbeit nimmt und er sogar im Schatten des Galgens leben muss, kann man nie wissen. Also, habe ich dein Ehrenwort, so dass wir gehen können? Ja. Ja. Weder ich noch der Hase stellen sich euch in den Weg. So, jetzt sagt mir, wo mein Weib ist. Südlich von hier ist ein alter Minenschacht. Margit ist dort, gesund und munter. Das will ich sehr hoffen. Puh, ich bin jetzt irgendwie sehr froh, dass ich diese Episode hinter mir habe. Ich stehe ungern dazwischen diesen Fronten, aber es sieht mir jetzt doch noch etwas Gerechtigkeit aus, oder? Bleiben wir uns mal schnell, bevor die beiden sich hier noch irgendwie in die Quere kommen. Oh, komm, spring. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Was haben wir denn hier oben für ein Lager? Ah, da waren wir schon mal. Okay. Eine Kinn. Gott sei Dank. Ja, das ist gut, dass die befreundet waren. Können wir aufbrechen? Ja. Ich würde mich gerne noch ein bisschen frisch machen. Zu spät. Ah, Gott sei Dank hat der Helm abgenommen. Wollte sagen, ich möchte unbedingt den Helm mindestens abnehmen. So, Herr Robert lässt ihn schon mal durch. Harnikin Hase, ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Na, es war der Wille Gottes, dass ich zurückkehre. Du weißt, dass Herr Heinrich von Leipa sein Urteil gegen dich nicht aufgehoben hat. Ich bin leider verpflichtet, dich zu verhaften und dem Provinzgericht vorzuführen. Vielleicht. Aber lies erst das hier. Heinrich ist mein Zeuge, das Meisterjäger Nikolasses höchstselbst unterschrieben hat. Das könnte einiges ändern. Hm. In der Tat. Vergib dir an. Sehr selbstgefälliges Grinsen, weil ich bin mir... Ich habe dir immer vertraut. Aber deine Schuld schien erwiesen zu sein. Nikolas war äußerst gründlich. Ach. Nun besteht jedoch kein Zweifel mehr. Hauptmann? Ja, Herr? Lass den Meisterjäger verhaften. Das wird nicht nötig sein. Und ich bezweifle, dass ihr ihn findet. Ich verstehe. So. Was soll nur mit dir geschehen? Wilderei? Und die Entführung der Gattin des Meisterjägers? Du verstehst meine Lage. Verstehe. Ich muss nun fort. Aber wenigstens konnte ich meinen Namen reinwaschen. Ich werde einen Brief aufsetzen lassen und dich Herrn Vincenz auf Burg Welisch empfehlen. Habt Dank, Herr. Aber wenn Nikolas verschwunden ist und wir dich nach Welisch schicken, wer wird dann mein Meisterjäger sein? Es gäbe da einen Kandidaten. Heinrich, half mir Nikolas zur Rechenschaft zu ziehen. Äh, ich habe andere Verpflichtungen. Wirklich? Nun, wie wär's, junger Mann? Kann ich Nein sagen? Na, sag bitte Nein. Ich bin doch schon der Vogt. Den Posten des Jägermeisters ablehnen. So, ich werde den Posten des Jägermeisters annehmen. Einfach, ich denke mal, wir verpassen sonst was. Ich bin zwar kein Meisterschütze, also das Gegenteil ist der Fall, aber gut. Und Jagdrecht werden wir auch erhalten. Das ist bestimmt auch nicht verkehrt. Es wäre mir eine Ehre, Herr. Ja. Gut, gut. Dann nenne ich dich hiermit zum Meisterjäger der Burg Tallenberg. Mein Kämmerer wird dich über deine neuen Aufgaben unterrichten. Alles Gute, Haneke. Okay, so, offensichtlich hat alles in der Richtigkeit hier. Und ich hätte dich das nie geschafft. So Gott will, sehen wir uns eines Tages wieder. Abschließendes Urteil. Ich glaube ihm. Ein neues Zuhause. Dein Bett hier kannst du schlafen. Ja, aber wo ist mein neues Zuhause? Das hier. Nee, oder? Wo ist mein neues Zuhause? Das ist die Frage. Wo ist mein neues Zuhause? Haben sie ein Zimmer für mich eingerichtet? Ist das mein Bett? Nee, schlafen, speichern, das ist nicht mein Bett. Das ist auch nicht meine Kiste. Entschuldigung. Ja. Das ist das Zimmer von der Stefanie, glaube ich. Wo ist mein Bett? Unten wahrscheinlich. Ich schaue mal, ob jetzt ein Speicherbett hier ist. Da ist es nicht. Aber gut, hier waren wir doch schon die ganze Zeit. Ja. Tja, recht auch im Bett hat man hier eh schon. Oh, Beraterbereich. Wie spät haben wir es denn jetzt? 21 Uhr. Dann haben wir uns ins Bett. Wisst ihr was? Wir reiten jetzt noch nach Uschitze und übernachten in Uschitze. Ja, dann haben wir die Nacht gespart. Und holen dort endlich das Pferd für die Sora ab. Achso, wir sollten vielleicht... Ah, jetzt sehe ich es. Das Haus des Jägermeisters ist mein neuer Platz. Uh. Nicht schlecht. Aber wir können natürlich jetzt noch mit unserem Inquest-Lock mal schauen. Ein neues Zuhause. Rennverröte, Vergeltung. Rotei, Turnier. Erstmal Tier heute. Tier heute. Ja. Bring den Gerber, den ihr hier schaut. An meine neuen Aufgaben soll ich reden? Aber wo? Habe ich jetzt irgendwie verpasst? Das ist jedes Mal Briganten. Wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier, oder? Aktivitätengeber. Wo ist denn der? Schauen wir nochmal vorbei. Und dann übernachten wir in unserem neuen Domizil. Mit wem muss ich denn jetzt hier reden? Das hat halt 61. Ich würde ja wieder was essen. was ich auf Tallenberg-Leute suche. Ist der oben. Kamera, mit dem soll ich reden, oder? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Grüß Gott, Meisterkämmerer. Da wäre ich. Hm. Das sehe ich. Und was willst du von mir? Ich bin der neue Meisterjäger. Ich soll mich bei dir melden. Aha. Ja, ja. Die ganze Sache mit Nikolas war, wie soll ich sagen, etwas unglücklich. Aber ich will dich nicht mit den Klagen eines alten Mannes belästigen. Zu deinen Pflichten. Na dann. Du musst die Burkköche mit Wild versorgen und die Wälder vor Wilddieben schützen. Von denen sollte es zur Zeit aber nicht allzu viele geben. Nein, vermutlich nicht. Wann soll ich anfangen? Unverzüglich. Herr Divisch wird in Kürze ein Festmahl abhalten. Ich komme hier nie weg. Gut, ich gehe sofort an die Arbeit. Übrigens, der Meisterjäger wird mit Jagdbogen und entsprechender Kluft ausstaffiert. Du findest alles in der Hütte, die ebenfalls dir gehört, solange du das Amt inne hast. Das sind gute Nachrichten. Ja, ja. Nichts als gute Nachrichten. Und jetzt Abmarsch. Alles Gute. Heinrich, der Jägermeister. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt mal ein bisschen ruhen lassen hier, oder? Bring den Metallbecker, Kemmerich. Ja, wo geht es denn jetzt hier raus? Was ist los? Brauchst du Hilfe? Vielen Dank, bin schon raus. Ja, dann schauen wir uns mal unsere neue Heimat an. Aber ich glaube, das mit dem Hirschfleisch, das werde ich jetzt mal ein bisschen ruhen lassen. Essen müsste ich dringend was. Gut, dann schauen wir uns die Hütte jetzt mal an, offiziell. Drin waren wir ja schon. So, nochmal einmal schnell sauber machen. Sonst kommen wir die ganzen Sprüche... Oh, sie sind überfallen worden. Guten Abend. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf es sein? Ein Bad. Und ich will mich erholen. Und meine Kleider reinigen lassen. Wie du willst. Hast du Geld? Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Und jetzt nehmen wir zum ersten Mal auch den offiziellen Weg hoch zur Jagdhütte, oder? Da geht's nicht hoch. Da geht's auch nicht hoch. Ja, Hargott sagt sie fix. Ich reite das nächste Mal bloß mit dem kleinen Weg. Liegen ist nicht geschert hoch. Dann reiten wir halt inoffiziell hier hoch. Hallo? Das Essen steht auch schon da, oder? Gut, dass wir das essen. Essen draußen ist es ja noch wahrscheinlich vergiftet. Öffnen. Was haben wir denn hier? Achso, das ist unsere Kiste. Das ist also quasi hier die Inventarkiste. Aber ein Bett ist hier nicht, oder? Im Moment ist das wirklich die Inventarkiste. Öffnen. Ja. Das ist die Inventarkiste. Dann haben wir hier eine neue Kiste. Hirschleder. Sollte mir nicht jemanden Hirschleder vorbeibringen? Ich nehm die mal mit. Irgendjemand. Bring den Gerber hier, schaut. Aufgabe aktualisiert. In der Kiste waren wir ja schon. Den Bogen nehmen wir mit. Egerstiefel, Egerhandschuhe. Jagdschwert, das verkaufen wir. Spitzhut grün. Tunika. Google-Pfeil gewöhnlich durchbohren. Nehmen wir noch mit. Ja. Das war's. Gibt es ja noch Geheimnisse? Die Fälle hier kann ich nicht mitnehmen, gell? Ja. 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 Nö. Weitere Geheimnisse, glaube ich, gibt es hier nicht. Hier, hier, ich muss mich daran erinnern, dass ich hier niemals raus trinke. Im Schlaftrunk. Schönes Klo haben wir auch. Ja, perfekt. Ne, hier ist das Klo. Eindeutig. So wie die Fliegen hier rumschwirren. Dann werden wir jetzt hier abspeichern. Und dann machen wir uns endlich auf den Weg, den Apfelschimmel zurückzubringen. Jetzt muss ich nur schauen, wo das Bett hier ist. Hier ist es nicht. Ah, hier sind noch Zimmer. Logisch. Noch eine Truhe. Boah, Bogen. Ei, ei, ei. Die werden wir alle verkaufen. Ja, sehr schön. Nehmen wir alles mit. Kunst des Aufbrechens. Schatzkarte. Sehr schön. Jagdpfeile lassen wir erstmal da drin. Ich habe genügend Pfeile. Wolfszähne für eine Quest und 408 Groschen. Sauber. Sauber. Jetzt habe ich mein Bett aber immer noch nicht gefunden. War das Bett oben? Wo schlafen denn die Herrschaften? Im Stehen am Tisch. Ich packe jetzt erstmal ein paar Sachen in die Kiste, die ich nicht mehr brauche. Inventar. Die Armschienen können rüber. Die ganzen Bögen können alle rüber. Obwohl ich nicht weiß, der Alpenbogen, den muss ich mal anschauen, ob der nicht besser ist als meiner. Ah, Langbogen, Esche. Da schauen wir mal, ob der besser ist als unserer. Fertigkeit. Kunst des Aufbrechens. Wenn man gleich mal lesen, wovon wir schlafen gehen. Edle Stiefel, dass man mal einen Jäger leise. Was bringt es an die Jagdstiefel hier eigentlich? Schaftstiefel werden überwiegend in gehobenen Kreisen getragen. Sie dienen jenen als Reitstiefel, die sich am Pferd leisten können. Bestimmt für uns hochwertigem Material. Tum auch in die Kiste verkaufe ich. Ja, Jagdenschuhe können auch weg. Ah, Moment mal, da muss ich auch noch mal nachschauen. Wir hatten letztes Mal einen Schatz gehoben, dass ich die hier aus meinem Inventar rausmache. Beckenhaube, spitze Hut, den lassen wir mal bei uns. Vielleicht setzt man den mal auf zum Spaß. Grünige Tunika-Linen. Was haben wir? Charisma 7. Ah, ist unser Jagdoutfit, gell? Das tun wir zum Pferd rüber. Ja. Ich habe aber doch vier Retterschnapps ja eigentlich nicht geschafft. Ich dachte, ich hatte keinen mehr. Schlaf und speichern. Tja. Ist das das Bett hier, oder was? Schauen wir nochmal nach, was ich hier... Ich wollte mit dem Langbogen Esche. Das ist eh der Beste, genau. Das passt also. Den lassen wir hier. Kann man noch irgendwas zum Pferd rüber schieben? Rüstung, die edlen Stiefel können in die Satteltasche, die leisen Schuhe in die Satteltasche, den Hut, die Tunika, den Schal, die Google, das müsste sein. Wir legen die Sporen noch an. Ja. Das müsste es gewesen sein. So. Schatzkarte. Welche Schatzkarte haben wir denn das letzte Mal? Die war das. Okay. Die kommt jetzt zurück. Schatzkarte 3. Haben wir sonst noch eine gehabt? Antik. Die sagt mir noch nichts. Bei Neuhof. Und das ist, glaube ich, die neue Schatzkarte hier gewesen. Bei Tallemberg. Ja, Schatzkarten suchen wir jetzt jetzt halt noch nicht. Schätze mal nicht. Okay, warte mal. Das Zeug kommt auch noch weg. Das tun wir in die Kiste. Sonstiges. Inventar. Sonstiges. Die Schatzantike Karte 3 war das. Die kommt weg. Die habe ich schon. Okay. Und dann das Hirschleder. Hätten nicht alle rüber müssen. War das ein bisschen rund. Scharf. Mal zurück. Leder, Hirsch. Das verkaufen wir wieder. Das müsste es gewesen sein. Wir speichern ab. Schläft dich auf der Bank. Wahnsinn. Wir schlafen mal zwölf Stunden. Haben wir uns echt verdient. Also ich glaube, die Jägermeisteraufgaben, die lassen wir uns erstmal ein bisschen ruhen. Das Festmahl ist ja mal irgendwann. Aber wir haben jetzt echt dringende andere Aufgaben. Also ein Pferd zurückbringen. Denn Theresa ist auch Priorität recht weit oben. Aber die oberste Priorität hat jetzt natürlich der deutsche Ritter im Wirtshaus zu Sasau. Da wollte ich eigentlich schon vor langer Zeit mal sein. Aber es kommen ja immer Sachen dazwischen. So, ein neuer Morgen. Auf geht's. Neue Stufe erreicht jagen. Durch pure Anwesenheit. Hier kann ich nicht essen. Ich muss was essen. Aber ich traue mich tatsächlich nicht, hier was zu essen. Ne, das traue ich mich nicht. Wir reiten jetzt. Einen Moment, wir können natürlich hier noch. Bringen wir in Tallenberger Kämmerer Hirschfleisch. Das war es nicht. Quest Lock. Das war hier. Tierhäute. Das Rennen ist auch noch an. Ah ja, klar. Heinrich der Jägermeister. Mal aus. Tierhäute. Dann bringen wir die jetzt noch schon dahin. Wenn wir eh schon in der Ecke sind. So, und ich merke mir jetzt den Weg hier hoch, dass ich nicht mal den Schleichweg nehmen muss. Da geht's einmal runter und da hinten. Ja. Ich muss gestehen, ich kann mich gar nicht mehr wirklich an. Geht's denn worüber? Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich an. Jetzt ist wieder dieser Schleichweg. Ich werd's nie lernen. Was ist denn eigentlich Angelplatz? Kann man da angeln? Wo war denn das jetzt? Hier stand irgendwo Angelplatz, oder? Boah, hier möchte ich aber nicht angeln. Okay. Eine Reuse. Das wird der Angelplatz wohl sein. Und dann, ist jeder gerber ja Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich habe die heute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast es dir verdient. 70. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen daraus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Passt gut. Hasenhäute, okay. Mit was handelt die? Hast du was verloren? Ne, ich wollte mit ihr sprechen. Gut, dann nicht. Sehr arrogant und hochnässig, die Dame. Dann auf nach Uschitze, bevor ich jetzt wieder... Ja, ich könnte hier den Schatz suchen. Ne, ich schaue jetzt, dass ich mich auf den Weg mache. Sonst komme ich da nie an. Okay, immer geradeaus und dann mit der Kreuzung rechts. Alles klar. Falls ich unterwegs noch irgendwo einen Kessel sehe. Okay, wir sind immerhin schon mal unterwegs. Mal schauen, was uns jetzt unterwegs wieder passiert, um uns von dem Apfelschimmel fernzuhalten. Okay, wir sind immerhin schon mal unterwegs, um uns von dem Apfelschimmel fernzuhalten.